Für mich ist es wichtig, bei der Testimonial Kampagne dabei zu sein, weil wir nicht aufhören sollten, die Menschen draußen zu sensibilisieren, weil es einfach wichtig ist, dass man an das Geschehene erinnern soll und das sollten die Leute nicht vergessen, was passiert ist. Für mich ist es wichtig, dass man einen Respekt gegenüber den Mitmenschen zorgt und deswegen ist für mich dieses Zeichen sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020